Bist du ein Lufer Kneipp oder Konstantin? Warum bist du selbst mit Lu? Ich habe Nennas Freundschaft. Cool. Kommt jemand? Ja, ich warte schon, ob du noch kommst. Zappel dich. Ich glaube, wir machen Zeit. Man, Sascha, ich freue dich! Was willst du? Ich könnte nicht mal ein überaus talentierter, hübscher, kruger, bester Freund mir egal, warum. Ich bin so reingefriert. Ich bin nicht. So wie ich das mitbekommen habe, vielleicht will Sascha auch was ganz anderes? Das ist doppelt. Ich habe mir die ganze Woche versucht einzureden, dass wir eine Freundin bleiben sollen. Ich weiß nicht. Gibt es dich noch so schön? Ich kann es nicht. Es ist auch schön. Ich weiß nicht, kein Frahman ist. Ich trage mich noch mal hin. Ich weiß nicht, was ich ähnlich Oy. JOTTEL Du bist der Herr bitan, okay.